Wie man was ausmachen kann? Ja? Push-to-Talk kannst du auf dem Zahnrad rechts in der Ecke eigentlich einstellen. Sprachaktivität musst du auswählen. Und dann deine Empfindlichkeit am besten hochdrehen. Ja, ich will dich ja hören. Äh, hört man mir jetzt besser. Ich weiß nicht, welches Ende da quark. Ich weiß nicht, wie es vorher war. Von dem her. Wie vorher ist die ganze Zeit gar nicht gegangen. No, da wird die Ende böse. Was? Das ist ein Scheiß. Wenn du aufs Zahnrad gehst, musst du bei Eingabemodus Sprachaktivität einfach reinmachen. Ja, das habe ich schon gefunden. Aber ihr hört mich dann einfach nicht. Und wenn ich, also die Sprachempfindlichkeit ist auf Null. Also, es funktioniert nicht. Scheiße. So, ich ziehe mich erstmal nochmal um. Mir wird zu heiß. Pfff. Ja, schmink er nicht wegen dir. Es geht schon gut los. Ich kann nicht mehr. Ach, schön. Schön. Sind wir bereit? Boah, ihr Schweine. Aber echt? Wir nehmen euch mal. Hallo. Hallo. Du. Kiechauf. Nein. Wir müssen alle aufbestätigen. Meine Stimme ist weg. Spiel starten. Kann ich nie. Verfehle noch enden. Natürlich nicht, wenn zwei nicht beschädigen. Ja, Entschuldigung. Ja. Angenommen. Der andere mal zieht der Asen um. Ja, gut. Das soll jetzt gehen. Ja, er geht doch. Okay. Tag auch. Ahm. Scheiße, sind sich gleich in die Hose. Wo ist denn hier eine Aufgabe? Wo ist denn hier, bitteschön, eine Aufgabe? Bin ich doof? Aha. Bumm. Na, Küken? Alles fit im Schritt? Ja, bei dir. Naja, gut, gut, gut. Alles fit. Ich wurde nicht umgebracht. Ich bin begeistert. Was ist denn da heute los? Servus, Schmingo. Wie geht's? Gut. Und selber? Da sind heute wieder Guze Guze am Spiel. Ich wurde wieder nicht getötet. Ich bin begeistert. Maus. 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 Ich muss arme Mäuse schlagen. Danke bestens. Und was macht ihr Schönes am Wochenende? Neut, 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 neut. Bup. Muss ich wieder rausrennen, ums Eck laufen. Hier wieder hoch. Plakat. Aufgehängt. Kann ich da wieder reinlaufen? Aufgaben spawnen? Wie blöd. Ich verstehe gar nicht. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bin in der Ende. Nein. Was ist das? Drogenübergabe. Haben wir erledigt. Wo sehe ich denn, wie viele Aufgaben ich noch habe? Poster aufhängen. Tag auch. Haben wir überhaupt noch einen Killer? Bis jetzt ist ja keiner gestorben. Bis jetzt ist keiner tot? Oh, wow. Ich sag noch, bis jetzt ist keiner tot. Will mal gucken, war gestorben ist. Und ja. Der Opa ist gestorben. Wer war's? Wer ist der Opa? Hallo, Lukas. Ich war unten. Achso, der Lukas ist das. Also, Duki, hier habe ich gefühlt vor einer Minute mal mal gesehen. Ja. Ich habe ihn ganz am Anfang mal einmal und dann in der Mitte kurz gesagt, der war es auch nicht mehr. Ich habe gerade nur ganz so einen Schminker gesehen gehabt. Ich war's nicht. Ich renne die ganze Zeit rum, singe da fröhlich vor mich hin, drücke die Glocke auf, verdacht, weil ich kann... Du singst die Glocke auf, wenn Plakate aufhängen, Plakate aufhängen. Ja, weil ich die Scheiße auch noch machen muss. Also, ich bin für Schminker. Ach, ihr könnt mir alle einen lutschen. Ich war's nicht. Jetzt bist du aus Protestküken. Aber ich habe Fragen. Aha, wir haben uns gegenseitig gewodet, Küken. Das heißt was. Ich habe übersprungen. Irgendwann hat ich gewodet. Ich habe übersprungen. Da werde ich verdächtigt, oder was? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Ich renne hier rum, hänge meine Plakate auf. Und spiele hier Hausfrau. Und schuld bin ich an dem Tod, der ich gar nicht war. Das ist toll. Das ist klasse. Ja, ich mache den Balkon gleich zu. Alles cool. Ich habe vergessen, dass der noch auf ist. Ich wollte gleich anfangen zu zocken. Ich hatte keine Lust, so lange zu warten. Ich möchte heute ein bisschen spielen. Warte. 1, 8. Nö. Wie? Stimmt doch. Hä? Ja, was denn? Was ist denn falsch? Ach, Anforderungen. Ja, gut. Du musst schon reden, Penta. Er lag im Nost. Er lag. Du nix im Knast. Nein, er lag im Knast. Ich muss schon um meinen Balkon zu machen. Aber, ich habe Anträge bearbeitet. Und das ist falsch. Knast, Knast. Ah, hier, äh, Polizeibach oder wie? Ja. Ah, okay. Strohhalm habe ich aber zuletzt alleine gesehen. Also, ich glaube, vielleicht war Strohhalm ja, wie heißt dieses, der Kanadier? Kann das sein, dass man automatisch dann selbst reportt? So. Man könnte möglichst sein. Ich habe ganz am Anfang, glaube ich, ich war das irgendwie gesehen, aber gar kein Mensch, mittlerweile. Ja, ich weiß nicht, wie nicht mehr und mehr. Hm. Ich, ich, ich bleib mal dabei. Keine Ahnung, Hittli. Naja, naja. Ich bin am anderen Ende der Welt. Ja, du kannst ja auch durch die Luke springen als Ende. Warte, ne? Kannst du? Ich bin beim Angeln. Ja, wie immer. Du bist immer beim Angeln. Hm, ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe nicht. Wo war jetzt die Aufgabe? Wo musste ich da die Anträge machen? Da unten ist nochmal eine Aufgabe. Hier, ich muss hier ein Plakat aufhängen. So. Und dann? Hier rein, oder was? Wo kann ich denn hier rein? Aha. Och, nö. Ich verstehe diese Aufgabe nie. Nee. Feuer und X. So. Oh, Gott sei Dank. Wer hat gebuchst? Lips, wie geht's dir? Also, das ist, das ist, das ist, das ist, ähm. Oh, und warum findest du die immer? Ja. Irgendwie strange. Ja. Hä? Oh, ich, ja, 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 ja. Mhm. Mhm. Ah, ja. Oh, 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 oh. Mein, mein Bürzel vermutet da was. Gut. Mein Margen vermutet da auch etwas. Macht's schon so komisch. Aber das kann vielleicht an der Pizza liegen. Ja. Äh, bist du in unser Typ mich einig? Glaube ja. Was? Nein. Nein. Also, Mann. Jetzt bin ich gewartet, Mann. Fuck, ich bin gar. Hey, ich hab dir nicht gewartet. Der ihm ja nicht. Lol. Gut, jetzt ist der Mutter. Nein. Ja. Du kannst schon reporten, wenn ich hinter dir tot auf dem Boden liege, gell? Ich hab das wirklich nicht gesehen gehabt. Und ich hab mir nur gedacht, scheiße. Er war der Dodo. Was? Ich hab nur noch Abruf gepufft. Ey, ich wollte... Er killt mich. Küken lauft rein. Er reportet mich. Oh, Gott, nein. Ich hab eigentlich die Schminker die ganze Zeit gesagt und ich sehnt's nicht. Aha. Oh, wow. Scheiße. Richtige Scheiße. Ich war so ehrlich. Mhm. Mhm. Das ist halt 14 Jahre alt. Ihr seid alle Schweine. Blick zum Strand. Oh, wie schön. Habt den Glas Sand mit Rufu. Oh, wie schön. Ich hab gar nicht checkt, dass ich die Killer-Ente bin. Oh, wie schön. Killer-Ente. Mhm. Ja, weil bei mir ist Party-Ente gestanden. Und irgendwann sieh ich dann, hey, ich kann Leid töten. Ach so. Aha. Und dann ist es jetzt losgegangen. Ihr seid alle geil. Das ist krank. Ihr seid alle verrückt. Euch geht's nicht gut. Euch geht's definitiv nicht gut. Immer. Wenn ich aus dem Spiel tabe, kann ich nichts klicken. Uh. La, la, la. Da, 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 da. Ich darf putzen. Danke, Lips. Dankeschön. Wo ist meine Aufgabe? Wo ist... Excuse me. Wo ist meine Aufgabe? Hallo? Hier. Weh, mich bringen jetzt einer um. Na, 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 na. Nicht töten. Nein, nicht töten. Nein, nein, nein. Du tötest mich nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah. Ich habe Angst um mein Leben. Hilfe. 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 Ist die Luft rein hier? Wo muss ich denn hin? Wie komme ich ins Haus? Da. Tag auch. Weg. Ich bin kein Killer. Ich will ja auch gar nichts von dir. Ich muss ihm nur ein Päckchen geben. Meine Fresse. Schiebt der Paranoia, dass ich ihn umbringe. Mach doch gar nichts. Bin lieb. Bin total putzig. Bin eine niedliche Ente. Oh, dieses Gequark. Ich verstehe halt nicht, warum man das machen muss. Nein. Hilfe. Hilfe. Bleib bei mir. Warum denn? Bleib bei mir. Ah. 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 Was? Schmeißt du? Ah. Na. Ich mich als Rekker am Anfang erwischt. Ich hab den nicht gefunden. Hier war die ganze, die rechte Seite. Was war das denn? Achso. Das war ein schnelles Run. Das war überhaupt nicht gut. Ich stelle jetzt mal was rein. Ohne Witz. Warte. Weniger Aufgaben. Wir haben ja gar keine Chance mehr, dass wir die Aufgaben schaffen. Es war halt, also jetzt bis zum Schluss, wo ich euch zwei gesehen habe, habe ich nie jemanden zu zweitlaufen gesehen. Jeder war schön allein. Jeder im perfekten Abstand. Ich habe die Schminker zweimal jetzt getroffen und die anderen habe ich kein einziges Mal gesehen. Ja, weil die andere halt schon tot war und so. Alter, du bist doch echt pervers. Alter, du bist doch echt pervers. Der ist pervers. Der ist pervers. Der ist pervers. Nein. Hier ist es. Der ist ja gar nicht. Der ist gar nicht. Der ist gar nicht. Der ist gar nicht. denn? Nein! Nee! Fick dich! Warum? Penis. Was ist denn da los? Eine Fabrik gerade gefunden in der Leiche? Eigentlich sind da 3 Leute in Gegend gekommen. Kennen wir alles? Auf jeden Fall habe einer, der wohl jetzt tot ist, noch gelebt. Irgendwie bin ich halt... Ja, ich hatte das Update auch gerade gezogen. Sag mal, ey. Oh, schwierig. Also ich kam von oben rechts. Ich hab gar nichts mehr bekommen. Und... Ey, man, das kann doch einer von euch beiden sein, aber ich... Irgendwie lassen euch beiden da unten... Nein, das ist halt echt so... Bei mir steht da, Guze Guze wird ausgeführt. Also ich hab keine Updates. Uff, Alter, wie... Lack kann man haben. Digga, ich wusste nicht, was ich machen muss, man. Uff, was? Och, Gott. Ich bin halt wieder rausgeflogen. Ich bin schon wieder rausgeflogen. Ich bin schon wieder rausgeflogen. Ich hab mir gedacht, dass es eigentlich nur 3 Tod ist. Hallo. Guten Abend, die Damen. Guten Abend. Oh nein. Das ist auch mal hilf. Ich bin schon wieder rausgeflogen. Ich bin nicht mehr an der Host. Guck dir bitte, dass es ein Küken ist. Schon wieder so ein freches Küken. 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 Wir müssen die Rollen noch einstellen. Den finde ich auch nicht witzig, Sven. Gib dir... Ja, ich seh dich... Bist du was? Penis. Ja doch, doch. So, bist wieder Host. Küken. Wie kann ich Host sein schon wieder? Wie geht denn das? Man kann den Host weitergeben. Oh, da mach ich das... Ich hab Angst, dass ich halt ständig rausfliege. Brrrr. Ich starte das Spiel immer. Bin getimeoutet worden. Warum? Wo denn? Bei Guse Guse. Warum? Keine Ahnung. Deswegen bin ich aus dem Spiel ausgeflogen. Ja, ich auch. Behindert. Ja, andersrum. Rebehindert. 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 Die sind in der Frucht. Ich find das nicht witzig. Ich bin nach Trunking Ende. Na 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 na. Hallo. Hallo. Wack wack. Wack wack. Wack wack. Wack wack. Woran liegt es, dass ich die ganze Zeit disconnecte? Weiß es nicht. Das sind die Server. Okay. Hallo. Wack wack. Wack wack. Wack wack. Verfolg mich nicht. Hilfe! Hilfe! Hallo. Töte mich nicht. Bring mich um. Ja. Was? Danke. Lieber mein Leben. Hä? Ich hätte dich jetzt schon längst... Wenn ich gewoll... Wo ist er denn hin? Wenn ich... Hallo. Nein. Ich mach nix. Was ist das? Ich hab da was gefunden. Und zwar das Küken. In der Fabrik. Wo man Geld druckt. Ich hab ihn nur noch nein hören sagen. Und dann hab ich ihn gefunden. Okay. Das einzige was mich damals... Das Schwein hinter dir hergerannt. Du hast aber eine Gruppe... Hilfe! 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 Und er ist tot. Wurde nicht gefunden. Weiß er ist wahrscheinlich früher gestorben. Also Hans Wurst... Der war in der Bank. Der war in der Bank. Ja und wie weit ist die Bank... Jetzt lass mich mal auf den Ding gucken. Ich bin in der Fabrik. Ich bin in der Fabrik. Was hast du gemacht Schminker? Verzeih. Ich war in der Bank da. Oder Polizeiwache. Verteidige. Verteidige. Legt mich am Arsch, Alter. Also ich glaube, dass der Schminker ist... Einzigerlei, weil der Samel tot ist. Und die Freunde... Miteinander rumgerannt ist. Und kurz drauf war sie... Ich war die Schminker. Nämlich bei der Todestation, wo ich war. Und der meinte Samel nämlich nicht mehr dabei. Ich glaube, dass er als erstes gestorben ist. Ja, das war die Rache. Das hat sie mir versprochen. Jawoll. Okay, das war ein Dodo. Na ja. Fuck. Ich finde ja, das war ein scheiß... Äh... Das war einfach die falsche Zeil... Dodo. Nee, es war... Sie konnte gar nichts anderes machen. Sie hat halt den Kanadier gekillt. Naja, ich war Kanadier. Also anders... Also anders gesagt, das Küken war halt ein kleiner dreckiger 31er. Mhm. Danke, Samel. Du auch. Gib den Arsch versohlt. Das sage ich dir. Aber anders pervers. Riechst du da eine Warnung, wenn du der Imposter bist? Wenn du den Kanadier gekillt hast? Nee. Du wirst ja ein Instant Reporter. Du musst ja irgendein Scheiß ausdenken. Ja, ist doch gut. Ja, klasse. Das kann du aber nicht. Das kann du aber einfach scheiße für dich. Hallo. Lass mich in Ruhe. Hallo. Hallo. Wie geht das? Ah! Ah! Du wäschst, du wäschst mich! Hä? What? What? Yeah! Ich hasse es! Hä, was ist passiert? Die Schminker hat vorher geklappt. Die Schminker wurde erschossen. Die Schminker wurde erschossen. Die Schminker wurde erschossen. Die Schminker wurde erschossen. Oh, die Schminker wird erschossen. Oh, die Schminker ist scheiße. Warum erschießt man die Schminker? Von weiß ich. Die hat mich einfach gesehen. Sieht so Schminker, muss ich erschießen. Toll. Ich bin in den Raum gelaufen, wo es Feuer war. Schminker läuft raus. Erlöschen. Und dann wird der hergelaufen. Und dann... Ja, ist okay. Kann das nicht. Was? Ja. Auf geht's. Ich hab keine Schminker. Okay. Ich hab keine Schminker. Oh, lass mich leben. Nein, ich würde dich nicht töten. Ich muss dir was sagen. Geh weg von mir! Du bist doch scheiße! Man ist doch scheiße! Warum ist eigentlich gerade immer dieselbe Person Killer? Ich war weg. Ja, wenn ich, also, ich glaube, jemand anders macht man einen Host. Geh drüber! Ja, wie mache ich das? Wie, wie kann ich... Du gehst aufs Zahnrad, gehst auf die Spielerliste und kriegst dann auf die Krone bei ihm, der Spielerhut. Da! Wenn mich als Küken instant beobachtet hat. Da bitte schon sein, mate! Ich hab keinen Bock mehr! Und will nicht mehr! Warum fickt ihr eigentlich immer mich innerhalb von zwei Sekunden? Blech dein Poster! Ach, ihr könnt mich alle mal da auslegen, wo die Sonne nicht hinscheint! Ohne Scheiß! Hey! Und Sand ist für Wörter, bitte! Das ist noch Twitch-konform! Also! Der richtige Pedis! Let's go! Ja! Der Kacke! Ich such mein Feuerzeug! Nicht töten! Nicht töten! Ich will nicht getötet werden! Lasst mich in Ruhe! Das wird jetzt kein Running Gag! Würde ich jetzt nicht fühlen! Oh! Jetzt muss ich mit dem quatschen! Muss dem Geld geben! Nicht töten! Nee, hier hab ich gar keine Aufgabe! Ich muss hier rein! Ich bin eine böse Ende! Ich geh davon aus, dass ich innerhalb der nächsten 2 Minuten wieder sterbe! Was wetten wir? Ich weiß es! Ah! Da ist eine Aufgabe! Da wieder Mäuse! Warten! die Straßen gefunden! Da über dem Lagerhaus! Rechts von der Fabrik! Aha! Du warst es, Küke! Aha! Du warst sehr oft bei ihm! Du warst es einfach! Ich habe ihn noch nicht einmal gesehen. Die Einzelperson, die ich öfters gesehen habe. Ah, ich bin schon wieder. Ich will nicht mehr. Warum? Wartet mal, ich mache mir das Game kurz zu. Warum ist das so? Weiß es einer, warum ich die ganze Zeit geschmissen werde? Warum? Ich werde auf jeder Plattform einfach gekickt und gebannt. Ich mache nichts. Ja, Snoopy. Gerne. Aber irgendwie war ich hier die ganze Zeit ungewollt. Das Spiel existiert nicht. Klasse. Leute. Gut. Ich bin schon wieder geflogen. Rausgefallen. Warum? Snoopy schickt dir jetzt auch gleich mal den Code. Aber immer nur ich fliege raus. Ich weiß nicht. Meine Internetverbindung ist eigentlich stabil. Ich habe auch keinen anderen. So, hörst du mich? Ah, jetzt. Ich wusste es. Er ist die böse Ente. Guten Tag. Äh, hallo? Hilfe, Hilfe. Boi, Jo, Junge. Ich würde schon wieder mit mir kommen. Nee, jetzt zwei Mal quatschen. Das kann sein. Snoopy, das kann echt sein. Und ich war da die ganze Zeit gekickt. Ich habe schon alles auf Fehler überprüft. Steam auch. Das Game auch. Irgendwie. Mich nervt es halt, weil immer nur ich halt rausfliege. Und ich weiß nicht warum. Es ist wirklich nur mein PC im Internet gerade bei mir im Haus. Ich verstehe es nicht. Hast du es ein Trinken zu gehen? An die Verberne? Guck, guck, guck. Ja, ich mache gerade noch Schlepp. Liebhaber ganz. You body, you. Oh, oh. Mies, ich bin mal fix einrauchen bis gleich. Ja, bis gleich. Ich verstehe es halt nicht. Jetzt haben wir das ja Techniker. An's Wurst. Wir haben zwei Liebhaber? Okay, krass. Und er versucht alleine alle zu töten. Das ist auch geil. Töte sie alle. Ja, wann killt denn der jemanden jetzt? Ja, ja. Ey, Hans, willst du tun? Es geht. Kannst du auch ein Furz im Junge? Hilfe! Boah, hat er geschrien. Hilfe. Ah, ist so gut. Na, gucken, wen er jetzt umbringt. Hallo, Doki. Ey, ich nur, ich hab nur versucht. Äh, jetzt. Ich bin mal kurz, gleich nur mal Beobachter, weil ich aber das andere Kopfhörer suchen muss. Jo. Ich bin schon wieder. Hallo. 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 Hört man mich? Ich bin halt irgendwie einfach viel. Hallo. Jetzt halt. Hallo Schminker. Ja. Ich werd die ganze Zeit gekickt von den Scheiß-Game. Warum? Keine Ahnung. Ich hab gar nichts gemacht. Keinen Plan. Kein. Aber das macht, für mich macht das keinen Sinn, wenn ich die ganze Zeit geschmissen werd. Ja, das macht allgemein Probleme. Ja, aber woran liegt's? Server vermutlich teilweise auch, dass kein Sound durchkommt, wenn man will. Ja, aber warum werd nur ich gekickt? Ich bin vorher gekickt worden. Er redet nicht. Ja, okay. Dann sind's nur wir aus Bayern. Toll. Hm, ich bin begeistert. Ähm. Ich mag das Spiel irgendwie grad mehr. Halt die Klappe. Snoopy! Hallo. Snoopy! 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 Alles gut bei euch! Ja, bei dir! Snoopy! Lange dich mal gehört! Ducky, du bist auf Zuschauer. Ja, der ist ja kurz, sich andere Pots holen. Da ist halt Zuschauer drin, hat er ja gesagt. Er will andere Mikrodinger, weil wegen leise. Da wird gepupst. Leps pupst. Alle freuen sich, dass Snoopy da ist. Jetzt geht rein, du Rumble. Ja. Wehe, ich wart wieder gekickt. Dann rast dich aus. Ich sag's euch. So wie's ist. Ich raste einfach aus. Will nicht die ganze Zeit geschmissen haben. Macht keinen Spaß. Macht gar nichts. Bin brav. Nett. Lieb. Putz hier schön. Und ich warte gekickt. Das ist ein soziales Spiel. Ich mag mich nicht. Ich hab's Deck geschrubbt. Klingt das pervers? Na, eventuell. Wie komm ich denn rein? Hier, ne? Wenn da aber jemand anders als den Killer erwischt. Okay, alles klar. Haben wir jetzt zwei Wächter? Feuer und X. Feuer und X. Snoopy, du bist auch Wächter? Hä? Ich bin doch kein Wächter. Weil du gefragt hast. Du hast da mal eh gefragt. Ja, ich hab, äh, was anderes gefragt. Aber ich hab nicht Wächter gesagt. Dann bist du Sass. Hau ab. Wie geht's dir? Du bist Sass. Okay. Ähm. Ich habe... Sven gefunden. Warte mal, warte mal. Snoopy geht auf meine Kappe. Weil wegen ich bin Wächter. Ich hab das Gespräch zwischen Samuel und Snoopy gehört. Snoopy hat irgendwas gefragt. Mit irgendwas. Ich hab's nicht verstanden. Ja. War's der Sass? Snoopy war Sheriff. Er wollte... Er wollte wissen, was der Sheriff macht. Ich hab den Sheriff rumgebracht als Wächter? Ja. Oh, wow. Ich bin voll in Behinderung. Ey. Aber mich wundert es eher... Ja, okay. Jetzt wundert es mich. Dass Leute trotzdem die Zeit. Okay, ich bin echt scheiße. Ich dachte grad wirklich Snoopy hat dann... Also Sven umgebracht und deswegen chillt er die ganze Zeit bei mir. Ich hab ihn gefragt so, hä, du bist auch Wächter? Das geht doch gar nicht. Weil ich das so verstanden hab. Einfach Sheriff. Deswegen dachte ich, dass das gelogen ist. Jetzt war er Sheriff, dann können es ja nur noch Samuel, Kendra und Strohhalm sein. Es können ja im Prinzip trotzdem alles sein. Ja, ich bin der Wächter. Jetzt geht mir der Killer auf den Sack. Mann, ich war so lost. Dass ich die Killer halt auch sage, dass ich der Wächter bin. Ja, ich hab halt's Küken weggemacht. Tut mir leid. Ja, okay. Du bist entweder wirklich der Mörder oder... Dodo. Wenn man es halt glaube nach... Der haut's halt wirklich alles so aus. Ich hab gar keinen gewählt. Ich feier das irgendwie. Es tut mir leid, Snoopy. Wo ist denn das Gefängnis? Ist das das Gefängnis? Kann ich die da irgendwie rauslassen? Wo ist denn das Gefängnis? Mann, ich bin so dumm. Ich bin echt so eine hohle Nuss. Bank. Wo ist denn das Gefängnis? Hallo. Hallo. Der Wächter ist ein bisschen einsam. Ich hab da was Totes gefunden. Ich hab jetzt eine Runde um die Polizeistation gedreht und sie auf einmal die Leiche. Das war eiskalt gelogen. Ich war gerade wirklich im Knast. Die Klasstüfer auf. Ich war jetzt zu drüben unterwegs vielleicht. War die ganze Zeit da. Ihr seid beide Sass. Ich weiß nicht. Hä, warum hört man mich nicht mehr? Nein. Ich will nicht schon wieder fliegen. Hallo. 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 Warum hat man mich jetzt die ganze Zeit nicht gehört und ich euch nicht? Was war das? Ich verstehe gar nichts mehr. Es ist einfach so geil, als dort zu gewinnen. Mir war klar, dass das Schrohalm war. Mir war das so klar, dass... Warum war ich gemutet plötzlich? Ich konnte nichts mehr sagen. Ich hab euch nicht mal gehört. Das Problem hatten wir eben auch. Keine Ahnung, woran das liegt. Der Silencer vielleicht. Nee, sonst wäre sie komplett gemutet gewesen. Wir hatten keinen Silencer. Wir hatten nur Schrohalm. Das ist einfach... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hatte ich... Mit einem Update eingeschrieben? Ja, nee. Ich kann ja nur erraten. Mehr nicht. Lukas, geht jetzt wieder bei dir? Ist es besser, oder? Ja. Man hört dich. Deutlich besser. Das ist besser. Das ist besser.